Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nicht der Weisheit, letzter Schluss. Heute geht es darum, wie ihr einen lokalen APT-Mirror erstellen könnt und wie ihr den auch aktuell haltet. Bevor es mit dem eigentlichen Thema losgeht, noch ein bisschen Eigenwerbung. Ich bin der Hauptentwickler vom Softwareverteilungssystem M23. Und daneben biete ich eben auch verschiedene Dienstleistungen an, zu M23 natürlich, zu Linux und freier Software. Ich entwickle Software in diversen Programmiersprachen, ich administriere, ich biete jetzt auch Premium-Online-Schulungen an, Support und Beratung zu quasi allem, was irgendwie mit Linux und Open Source zu tun hat. Im Laufe der Zeit ist auch ein Handbuch entstanden aus diversen Workshops, das Administration von Debian & Co. im Textmodus heißt. Seit neuestem biete ich auch individuelle Premium-Online-Schulungen an. Die können zu verschiedenen Wunschthemen aus dem Linux-Open-Source-Bereich sein, wie zum Beispiel M23 für Entwickler oder eben auch für Administratoren. Dann Administration von verschiedenen Distributionen zum Thema Sicherheit, Free-IPA, Paketmanagement und so weiter und so fort. Da habe ich eine Menge gemacht. Oder eben auch zum Thema Entwicklung. Das kann Pakete bauen sein oder Skriptprogrammierung, Grundlagen von C++ oder ja, diversen anderen Dingen mehr. Sollte das Ganze noch nicht interessant genug sein, so können wir daraus auch ein Online-Escape-Game machen. Dazu habe ich so ein Szenario entwickelt mit Sound-Effekten und je nachdem, worum es in eurer individuellen Schulung gehen soll, kommen da auch spezielle Rätsel dazu, die genau dazu passen. Frag da einfach mal nach. Wenn ihr Interesse habt, dann könnt ihr mein Kontaktformular nehmen und einfach mal fragen, ob wir da was zusammen machen können, ob ihr irgendwie Dienstleistung von mir haben möchtet, Schulungen oder was zu M23 wissen wollt. So, jetzt geht es aber auch wirklich mit dem eigentlichen Thema los. So, schauen wir auch nochmal rein, was ich da so gebastelt habe. Also dieses Skript, was euch den Mirror einrichtet, das ist folgendes. Da ist ein bisschen was zusammengekommen. Fangen wir einfach mal oben an. Das Ganze beginnt jetzt erstmal mit dem Installieren von verschiedenen Komponenten. Von Nginx, dem Webserver, dem APT-Mirror-Skript. Dann Screen ist so ein Programm, womit man Programme im Hintergrund laufen lassen kann. Dann die Dodger-Tools, die haben wir zwar schon installiert, aber das ist hier nochmal zum Überprüfen, dass es auch wirklich da ist. Dann brauchen wir noch das kleine Programm Patch, weil die APT-Mirror-Skripte, die dort drin sind, sind an einigen Stellen nicht so hundertprozentig gut. Da fehlen ein paar Teile, die nachher damit reingepatcht werden, damit das auch wirklich eine runde Sache ist. Aber erstmal zum Einrichten von dem Nginx-Webserver, den wir eben brauchen, damit die Pakete, die wir runtergeladen haben, auch im lokalen Netzwerk verfügbar sind. Dort schreiben wir erstmal eine Konfigurationsdatei für quasi die Hauptseite, die Nginx nach draußen bzw. in unser lokales Netzwerk verfügbar machen soll. Wir sagen ihm erstmal hier, unter Port 80 soll er halt auf Verbindung hören, das Ganze ist unverschlüsselt. Im lokalen Netzwerk würde ich sagen, ist das auch kein großartiges Problem. Ihr könnt das natürlich auch anders machen, indem ihr Nginx mit irgendwie Zertifikaten ausstattet und eine SSL-Verschlüsselung macht. Aber dann müsst ihr woanders gucken, das mache ich ja nicht. Das Ganze noch einmal für IPv6, also das ist für v4, v6 ist diese Variante, dann wird angegeben, welches Verzeichnis verfügbar gemacht werden soll. Also unter var.www.html, das wird über den Webserver verfügbar gemacht. Dann gibt es hier noch so eine Direktive, die sagt, folgende Dateien sind Indexdateien. Das ist für unsere Zwecke jetzt nicht wirklich wichtig. Wichtiger ist denn schon, dass wir hier sagen Auto-Index-On, damit auch in diese einzelnen Verzeichnisse, wo die Pakete und Statusinformationen für die Pakete rumliegen, dass die gelesen werden können, wird so ein Index angelegt, automatisch, sodass man quasi so einen Verzeichnisbaum hat, in dem man sich auch bewegen kann. Nachdem wir unsere Konfiguration für Nginx gemacht haben, starten wir den Webserver eben auch einmal neu, damit diese Anpassungen auch sofort gültig sind. Kommen wir jetzt zum Anpassen von dem apt-mirror-Skript. So, damit das Ganze jetzt auch wirklich funktioniert, gehen wir erstmal in das usr.bin-verzeichnis rein, was ja verschiedene ausführbare Dateien enthält und Skripte und so weiter und so fort. Und da drin ist eben auch das apt-mirror-Skript. Von dem machen wir erstmal eine Sicherheitskopie, für den Fall der Fälle, dass unser Anpassen hier nicht funktioniert. Und dann geht es auch schon los mit dem Anpassen. Was hier zwischen, ja, da und da steht, das sind, ja, Anpassungen in dem DIV- und Patch-Format, womit man, ja, Textdateien vergleichen kann. Also man nimmt eine Textdatei, macht erstmal eine Sicherheitskopie davon, dann macht man die Anpassung, die man haben möchte, und dann vergleicht man die hinterher mit dem DIV-Programm und dann bekommt man hier so einen, ja, Änderungsdatensatz quasi raus. Mit dem Plus am Anfang bedeutet das, diese Zeilen, die danach kommen, also die Zeile, die Zeile, die Zeile, die Zeile, die Zeile, die werden eingefügt. Wenn jetzt hier nichts davor steht, also kein Plus und auch kein Minus, also Minus entfernt wiederum, wenn das nicht davor steht, dann ist es für dieses Patch-Programm einfach bloß so als Hinweis, guck mal nach, wo du jetzt diese Stelle hier findest, wo diese drei Zeilen vorkommen, und dann füge folgendes hier ein. Und das sollte eigentlich auch an der Stelle stehen, wo denn danach das herkommt. Also so ist es drei Zeilen davor, drei Zeilen danach, und da zusätzlich noch Informationen, wo das Ganze so ungefähr zu finden ist in der Originaldatei. Also hier werden diese Contents-All-Dateien in verschiedenen Kompressionsvarianten noch hinzugefügt, dass sie eben auch noch runtergeladen werden sollen, und das Ganze eben an zwei Stellen. Ja, an zwei Stellen im Quelltext sollte man das anpassen, damit das funktioniert. Und damit wir auch unsere Übersetzungsdateien im .xz-Format haben, gibt es hier nochmal so eine Unterscheidung. Entweder die Endung ist bz2 oder eben xz. und da wird diese Originalzeile, die hier das hier ist, ersetzt durch diese angepasste Zeile. Und indem wir jetzt diese ganzen Patch-Regeln nehmen und dem Patch-Programm vorwerfen, nimmt es die und wandelt jetzt diese Datei um und macht an den richtigen Stellen hoffentlich diese Anpassung. Das Ganze funktioniert auf jeden Fall unter Debian 11. Der Benutzer, der regelmäßig dieses Skript zum Auffrischen des Mirrors halt ausführen soll, den legen wir halt hier fest. Bei mir heißt er einfach bt, also der Benutzer für den Mirror ist bt, und die dazugehörige Gruppe ist eben auch bt. Ihr könnt irgendeinen anderen Benutzer dafür natürlich verwenden, der muss allerdings halt schon angelegt sein und die passende Gruppe müsst ihr eventuell auch anpassen. Also diese zwei Zeilen hier, die müsst ihr sehr höchstwahrscheinlich für euer System anpassen. Dann lege ich hier fest, wann dieses automatische Abgleichen des Mirrors über den CronJob stattfinden soll. Ich starte bei mir jetzt um 5 Uhr und 15. Je nachdem könnt ihr es komplett anders machen. Ihr solltet das so legen, dass ihr das Starten von diesem Synchronisationsvorgang nach dem, ja früher hieß es Zwangstrennung bei DSL, bei Glasfaser gibt es sowas jedenfalls bei mir auch. Also jeden Tag bekomme ich eine neue IP-Adresse, die, ja nach 24 Stunden macht, ja der Router quasi, ja meldet er sich einmal ab und meldet sich wieder neu an, an das Netzwerk von meinem Anbieter. Dann bekomme ich eine neue IP-Adresse und da fällt das Internet halt für eine kurze Zeit aus. Und das ist quasi jeden Tag so um dieselbe Zeit, mal plus minus 5 Minuten vielleicht. Aber darauf kann man das ganz gut so abstimmen. Und bei mir kommt das ganz gut in, wenn ich jetzt um 5 Uhr und 15. das anschmeiße, diesen Mirror-Vorgang. Denn wenn er jetzt zwischendrin unterbrochen würde, wäre es irgendwie doof. Also macht das so, dass ihr höchstwahrscheinlich in der Zeit, wo dieser Mirror-Vorgang läuft, keinen Netzausfall habt. Dann könnt ihr über eine zusätzliche Variable festlegen, wie viele Downloads gleichzeitig gemacht werden sollen. Hier habe ich die 10 genommen. Das kommt sehr auf euren, ja, Internetzugang an. Wenn ihr jetzt vielleicht keine so dicke Leitung habt, dann solltet ihr vielleicht weniger auch nehmen. Keine Ahnung, vielleicht 3, 5, irgendwas. 10 ist bei mir ein ganz guter Wert. Das funktioniert sehr gut. Aber eventuell braucht ihr halt weniger. Das hat den Hintergrund, dass, wenn ihr mehrere gleichzeitige Downloads laufen lasst, dann nutzt ihr halt eventuell langsamere Server ein bisschen besser aus. Denn jedes Aufbauen von so einer Verbindung zu einem Download für eine neue Paketdatei, das dauert ein bisschen und wenn man das jetzt gleichzeitig mit mehr Verbindungen macht, dann könnt ihr eure Internetleitung eben besser auslasten. Aber damit müsst ihr vielleicht mal ein bisschen experimentieren und den optimalen Weg für euch finden und auch eine Anzahl finden, die das Netzwerk für euch nicht komplett dicht macht, dass ihr vielleicht auch noch mal den Internetbrowser benutzen könnt, um was anderes darzuschlagen. In dieser Variablen wird der absolute Pfad zu dem Skript festgelegt, was später noch entsteht, was eben die verschiedenen Mirror anlegt. Mehrere Mirrors sind eben möglich. Also bei mir mache ich eben auch zwei verschiedene Varianten. Einmal für das Debian und das Raspberry Pi OS. Da lege ich zwei verschiedene voneinander getrennte Mirrors an und lasse es jedem auch aktuell halten. Aber es gibt eben ein gemeinsames Skript, was jetzt beide Mirror-Vorgänge anstößt. In diesem Skript, was ich hier habe, da geht es allerdings darum, dass es eben bloß einen einzelnen Abt-Mirror gibt, der für euer lokales System halt ist. So, soviel dazu. Also wir haben hier den absoluten Pfad zu dem Download-Skript, was noch entstehen wird. Und dabei steht eben auch das Home-Verzeichnis von unserem Mirror-Benutzer mit drin. Wenn das nicht stimmt, müsst ihr es halt anpassen. Also dieses Skript ist letztendlich bloß ein Vorschlag für euch. Das muss nicht für eure Situation passen. Ihr werdet es an mehreren Stellen anpassen müssen, damit es eben für euer Szenario passt. Dann schreiben wir als erstes einen, ja, ich habe es mal Kopfbereich genannt, in dieses Download-Skript. Dabei wird einmal dieses Shebang hier gemacht und da wird festgelegt, mit welchem Interpreter dieses Skript ausgeführt werden soll. Ich habe dort den Bash-Interpreter genommen. Es gibt auch andere Shells, aber das ist eben die Syntax-Variante, die ich hier verwenden werde. Dann binden wir einen Teil der Dodger-Tools ein. Das hier ist quasi so eine Bash-Bibliothek mit verschiedenen Funktionen. Also dt für Dodger-Tools und dann log für, ja, Protokoll für Log-Funktionen. Und die befinden sich in dieser Datei und über den Punkt am Anfang werden diese Funktionen geladen und können, ja, verwendet werden. Dann habe ich hier als nächstes, ich sage hier Schleife über alle Mirror. In dem Beispiel hier ist es nur einer und der heißt eben mein, mein Mirror. Wenn ihr jetzt verschiedene Mirror damit, ja, automatisch anlegen wollt, müsst ihr das an verschiedenen Stellen auch noch anpassen. Also es ist zwar eine Schleife, aber nicht wirklich über alle, sondern über nur den einen Beispiel Mirror hier. Das ist wiederum der Punkt, wenn ihr wisst, wie man damit umgehen soll, dann werdet ihr auch einen Weg finden, um den Rest zu machen. Dann definieren wir in einer weiteren Variablen den absoluten Pfad zu dem Mirror-Verzeichnis. Das lege ich hier einfach in dem Home-Verzeichnis meines Mirror-Benutzers an, in einem Unterverzeichnis, was eben Mirror-Name, also mein minus Mirror heißen wird. Und in dieses Verzeichnis kommt auch die Paketquellenliste, die eben die Endung Punktlist hat. Da sind verschiedene Sachen drin, die eben gebraucht werden, um diesen Mirror zu bauen. Dann legen wir als nächstes dieses Mirror-Verzeichnis an. Das existiert höchstwahrscheinlich ja noch nicht. Und damit ist eben sichergestellt, dass es auch wirklich existiert. Dann als nächstes erweitern wir unser Mirror-Skript. Das Erweitern geschieht durch diesen Doppelspitzen-Pfeil. Damit wird immer ans Ende von der Datei einfach was Neues angehängt. Wir hängen jetzt an. Ja, erstmal ein paar Rauten, um das so ein bisschen optisch zu kennzeichnen. Und dann hier wie der Mirror heißt. Also mein, in diesem Fall mein Mirror. Und dann kommen hier diese speziellen Funktionen von den DT-Lock-Funktionen. Mit dem Start-Lock wird ein neues Log-Protokoll quasi angelegt. Und dann alles, was jetzt bei der Ausführung von diesen Zeilen hier stattfindet, das wird protokolliert. Und das Ganze wird dann auch, wenn wir jetzt den Mail-Server verwendet haben, das richtig eingerichtet haben, hinterher mir als Mail zugeschickt. Also diese ganze Ausgabe von dem Opt-Mirror, wie Dinge runtergeladen werden oder wenn es irgendwelche Fehlerinformationen gibt und so weiter und so fort, das bekomme ich denn hinterher als Mail zugeschickt. Dann sage ich hier an der Stelle auch noch Reset-Ret. Also es gibt bei Programmen immer so einen Rückgabewert. Wenn der Rückgabewert 0 ist, ist alles gut. Wenn er von 0 abweicht, ist es schlecht. Und nachdem ein wichtiger Teil gelaufen ist, den ich wirklich überprüfen möchte, ob er funktioniert hat oder nicht, sage ich hier Save Red. Also ich speichere diesen Rückgabewert ab und dann kann überprüft werden, ob da ein Fehler aufgetreten ist, eben mit 0 oder was anderes. Und das Stop-Log am Ende, das hört mit diesem Logging auf und verschickt mir auch als Mail diese Informationen, die ich denn darüber rauskriege. Also die Up-Mirror eben ausgegeben habe, kriege ich die Mail darüber. Und die Mail hat dann auch als Betreff das hier. Also ich habe wiederum mein Mirror und dann Add und wie das System heißt, auf dem ich mein Skript hier laufen lasse. Dann kommen wir zu dem Kopfbereich von dieser Paketquellenliste in dem Format für den Up-Mirror. Also wir setzen hier über diese Variable und über diese Set-Funktion da den absoluten Pfad, wo dieser Mirror aufgebaut werden soll und setzen eben auch, wie viele gleichzeitige Downloads wir haben möchten. Dann kommen wir zum, ja, iterativen Aufbau von den, ja, Paketquelleninformationen. Also das hier ist wirklich bloß für den Up-Mirror. Das ist halt sehr spezifisch dafür. Und jetzt bauen wir uns eine Liste mit den Paketquellen, von wo welche Pakete runtergeladen werden sollen. Also von den Debian- und Ubuntu-Servern, von wo kommt das? Das Format ist ein bisschen anders, als man es von der Sources-List unter so einem Debian oder Ubuntu kennt. Und dann wird das Ganze über, ja, diese Bash-Filter-Sortier-Kette angepasst, sodass das dem Format entspricht. Aber zuerst gucke ich nochmal, wie die aktuelle CPU-Architektur ist, von meinem aktuellen Debian Ubuntu Raspberry Pi OS. Das bekomme ich eben über dpkg-architecture-q für Query und über diese Variable raus. Und dann steht da sowas wie hier i386 oder AMD64 für 64-Bit-PCs. 32-Bit-PCs wäre das hier. Und das hier wäre die Architektur, die Raspberry Pi verwendet. Dann kann man auch SRC setzen. Dann werden eben diese Quelltexte runtergeladen. Und das hier sind die Binär-Pakete für eben verschiedene CPU-Architekturen. Aber durch diesen Befehl hier wird die aktuell verwendete Architektur genommen und in dieser Variablen abgelegt. Dann haben wir hier so eine Filterkette. Erstmal gucken wir uns die Paketquellenlisten von dem aktuellen System an. Die können entweder in dem Verzeichnis hier liegen, in Einzeldateien, die Punkt List heißen, oder quasi in einer zusammengefassten Liste, die etc-apt-Sources-List heißt. Wir wollen jetzt von allen möglichen Listen erstmal alles haben. Dann filtern wir hier Kommentarzeilen raus. Dann schmeißen wir auch noch alle Zeilen raus, die Quelltext-Pakete angeben. Die sind gekennzeichnet durch dep-src. Die sollen auch weg. Dann schmeißen wir eben auch noch verschiedene Parameter raus, die vielleicht zusätzlich in der Sources-List für einzelne Paketquellen drinstehen raus. Die sind in eckigen Klammern normalerweise. Da kann sowas stehen wie Arch gleich AMD64 oder so. Das soll eben auch raus, damit wir wirklich saubere Paketquellen haben. Dieses tr-s und Leerzeichen, das sorgt dafür, dass wir nicht mehrere Leerzeichen hintereinander haben. Also alles, was mehr als ein Leerzeichen hintereinander ist, also 2, 3, 4 und 5, wird zusammengefasst zu einem einzelnen Leerzeichen. Dann haben wir schon eine relativ saubere Liste mit diesen Debian-Paket-URLs. Und da passen wir noch an, die Zeilen fangen mit dep an. Da wandeln wir jetzt dieses dep am Anfang durch dep minus unsere Architektur, also sowas wie dep AMD64 um, dass wir wirklich die Pakete für unsere Architektur nur runterladen. Dann kommt das Ganze noch einmal durch dieses Sort minus U. Das sortiert diese ganzen Zeilen, die wir haben. Und das minus U sagt auch noch, dass jede Zeile nur einmal vorkommen soll. Falls es ja quasi Doppelungen gibt, werden die nochmal ausgefiltert. Dann haben wir eine saubere Liste für APT-MIRROR und die hängen wir ans Ende von unserer Liste an. Damit haben wir jetzt quasi schon die Hauptarbeit gemacht, aber damit eben auch alte Pakete, die ja von dem Debian-Ubuntu-MIRROR, dem Haupt-MIRROR im Internet verschwunden sind, auch wieder entfernt werden in unserer lokalen Kopie, brauchen wir jetzt noch zusätzliche Zeilen, die mit Clean anfangen. Und da steht dann noch mal drin, was aufgeräumt werden soll. Also das Ganze sieht bis hier, also das hier ist das hier. Aber jetzt nehmen wir den URL-Namen, den extrahieren wir noch mal aus dieser Kette raus und setzen ein Clean davor und sorgen auch wieder dafür, dass das Ganze eben bloß einmalig in der Liste vorkommt. Und dann haben wir hinterher noch einzelne Zeilen, wo dann steht clean-dep.debian.org und das eben für alle einzelnen Zeilen von den URLs, wo wir irgendwelche Pakete runterladen. Damit haben wir unsere spezielle Paketquellen-Liste für den APT-MIRROR auch fertig. Jetzt sorgen wir über dieses Chown, also Change Owner, noch dafür, dass das ganze Mirror-Verzeichnis auch unserem Mirror-Benutzer und der Mirror-Gruppe gehört. Und damit das Ganze auch im Netzwerk verfügbar wird, machen wir jetzt noch einen Sum-Link von unserem Mirror-Verzeichnis. Also das hier ist das Mirror-Verzeichnis und darunter gibt es noch ein Unterverzeichnis, was Mirror heißt. Und dieses Unterverzeichnis, das ist eigentlich der richtige Mirror. Also dort liegen die Pakete und die ganzen Informationsverzeichnisse drin. Und das braucht man nun wirklich, beziehungsweise APT braucht das. Nur damit kann APT was anfangen. Nicht mit diesem Hauptverzeichnis, wo ja auch irgendwelche anderen Informationen abgelegt sind, die APT-MIRROR braucht, die aber für APT nicht, also brauchbar sind. Also nehmen wir dieses Unterverzeichnis, was den wirklichen Mirror enthält und machen einen Sum-Link in dieses Verzeichnis, was durch Nginx exportiert wird und legen dort eben auch noch ja den Sum-Link auf dieses Unterverzeichnis an, was eben ja mine quasi und Mirror heißt. So und hinterher machen wir auch noch die Anpassung für Benutzer und Gruppe von diesem Mirror-Skript und machen es auch noch ausführbar. Jetzt ist dieses Mirror-Skript soweit vorbereitet und wir können das jetzt einfach ausführen als unser Mirror-Benutzer. Das solltet ihr auch wirklich machen. Das einfach mal laufen lassen. Jedenfalls für das erste Mal diesen Mirror aufbauen. Das kann halt eben sehr, sehr lange dauern, je nachdem, wie schnell euer Internet ist und ja gut, wahrscheinlich wirklich nur, wie schnell das Internet ist, wie schnell die Festplatte ist, dürfte eigentlich dabei nicht so der große Unterschied sein. Aber das kann halt sehr, sehr lange dauern. Also lasst das einfach mal in so einer Shell laufen und guckt auch, was dort passiert. Damit das Ganze jetzt aber auch automatisiert jeden Tag wieder aufgefrischt wird, also neue Pakete runterladen, in die richtigen Verzeichnisse stopfen und alte Pakete auch wiederum entfernen und diese Index-Dateien anpassen und so weiter, nehmen wir noch einen Con-Job mit dazu, den wir in der ETC-Con-Tab eintragen. Hier haben wir ein Modul von den Dodger-Tools aus der Edit-Kategorie, was eine Zeile einfügt, wenn sie noch fehlt. Also sollte jetzt hier dieser Eintrag in der ETC-Con-Tab noch nicht drin sein, dann wird er eingefügt, aber wenn er schon da ist, wird halt eben nichts gemacht. Und hier haben wir in diesem Con-Eintragsformat die Angabe, zu welcher Minute dieser Job ausgeführt werden soll, zu welcher Stunde und wo Sternchen hier steht, das steht denn für, die Reihenfolge wird jetzt wahrscheinlich nicht stimmen, muss er aus dem Kopf, aber das eine ist denn halt, welcher Monat, Sternchen sagt halt jeder Monat, dann welcher Tag im Monat und welcher Tag der Woche. Vielleicht ist die Reihenfolge sogar exakt richtig, aber nachher nehme ich darauf jetzt nicht fest. Und damit sagen wir halt eben, es ist egal, welcher Tag in welcher Woche und sonst was ist. Also es soll wirklich jeden Tag passieren, zur Stunde sowieso, zur Minute sowieso. So, einmal Zauberei, es hat sich gerade geändert, ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gesagt. Welcher Benutzer das Skript nachher ausführen soll, beziehungsweise Screen ausführen soll. Screen kann Programme im Hintergrund ausführen, Konsolenprogramme im Hintergrund und dann könnt ihr euch quasi darauf verbinden, könnt gucken, wie weit ist es jetzt gelaufen, seht die Ausgabe, könnt auch mit eingreifen und das könnt ihr halt auf und zu machen. Also das läuft erstmal so im Hintergrund, ohne dass ihr davon irgendwie belästigt würdet, aber ihr könnt eben drauf gucken, wenn ihr es denn halt wollt. Und über diese Parameter hier wird eben gesagt, dass eine neue Screen-Sitzung im Hintergrund geöffnet werden soll. Diese Sitzung heißt UptMirror, nicht zu verwechseln mit dem Programm UptMirror. Das ist einfach eine Kennzeichnung, wie diese Sitzung heißt, damit ihr die einfacher wiederfindet. Dann wird mit Bash interpretiert dieses Skript hier und das eben jeden Tag um 5.15 Uhr oder was auch immer ihr eingegeben habt. Dann als letztes noch wird Con einmal neu gestartet, dann wird die Con-Tab einmal neu eingelesen und am nächsten Tag zur Uhrzeit XY wird dieses Skript auch wieder im Hintergrund durch Screen ausgeführt. Genau, so. Ganz schön viel, was da drin ist. Wenn ihr jetzt zusätzliche Mirror anlegen wollt für, ja keine Ahnung, für Debian, Ubuntu, also irgendwie ein anderes System als das, wo ihr dieses Ganze ausführt, dann guckt euch diese Mirror-Listen-Datei an, die schon automatisch generiert wurde und guckt euch auch dieses Skript hier an und kopiert die Teile, macht es analog, wie es hier schon drin steht. Und bei der Listen-Datei, da könnt ihr euch diese, ja, bereits entstandene Datei als Template nehmen, neu kopieren, irgendwo anders hin und müsst natürlich hier einen Pfad anpassen und diese Anpassung hier müsst ihr natürlich dann auch machen. Aber dann habt ihr schon mal so einen Hinweis, wie sowas aussieht und dann könnt ihr es höchstwahrscheinlich auch per Hand machen oder ihr schreibt euch ein eigenes Skript. Aber das ist eben für Leute, die wissen, was sie tun. So, ich befinde mich jetzt auf einer virtuellen Maschine, wo ein Debian 11 läuft und ich bin als Root angemeldet. Als erstes lege ich mir meinen Mirror-Benutzer an. bt habe ich den in meinem Beispiel genannt. Passwort muss ich zweimal eingeben. Den Rest von diesen Informationen hier brauche ich nicht wirklich, gebe ich deswegen auch nicht an. Ja, die Informationen sind korrekt. Jetzt habe ich hier schon ein neues Verzeichnis für meinen Mirror-Benutzer. Das ist schon mal der eine Teil. Jetzt als nächstes installiere ich die Dodger-Tools, so wie ich das in meiner Folie auch beschrieben habe. Da werden Pakete runtergeladen. Ja, diese Paketquelle wurde vorher eingerichtet. Das Dodger-Tools Hauptpaket, das wird eben auch installiert. Und ja, gleich noch ein kleiner Dialog für die Angabe von dem Administrator, welche E-Mail-Adresse verwendet werden soll. Also ich nehme jetzt mal irgendwas, das ist zwar ungültig, da müsstet ihr jetzt eure richtige Adresse, die ihr für Benachrichtigungen haben möchtet, eintragen, nachdem ihr eben einen lokalen Mail-Server oder einen externen Mail-Server mit angegeben und installiert habt. So, das ist jetzt soweit fertig. Jetzt kommen wir zu dem Mirror-Skript. Da lade ich mir jetzt eben auch das Skript herunter. Da gucke ich noch einmal rein. Das sieht quasi so aus, wie ich das einmal vorgestellt habe. Ich habe noch zwei kleine Korrekturen gemacht, damit es jetzt hoffentlich auch durchläuft. So, gut. Jetzt führe ich das Ganze aus, eben als Root. Dann wird UptMirror das Paket installiert. Dann wird Nginx installiert, mit Abhängigkeiten Screen und Patch werden dazu installiert. Ja, und dann wird das gleich noch ein bisschen eingerichtet. Diese Liste für UptMirror, die wird gebaut. Ja, genau. Aber das ist jetzt fertig. Gucken wir mal rein. Bt. Da habe ich jetzt hier mein Mirror als neues Verzeichnis für eben mein Mirror. Dann habe ich hier das Skript, was den Mirror-Vorgang anstößt, mit eben den Logging-Funktionen. Und dann, wenn ich jetzt bei dem reingucke, da habe ich eine neue Datei. Und wenn ich da reingucke, da stehen jetzt eben die verschiedenen Konfigurationsparameter drin. Wo soll der Mirror angelegt werden? Wie viele Verbindungen gibt es? Und von wo werden die Pakete gezogen? Und welche Verzeichnisse sollen hinterher auch überprüft werden, damit veraltete Pakete aussortiert werden? So, das ist soweit jetzt fertig. So, jetzt wechsle ich einmal den Benutzer auf meinen Benutzer bt. Wie man sieht, vorne jetzt bt und die Farbe hat sich auch geändert. Ich bin jetzt kein privilegierter Benutzer mehr, also nicht mehr root. Jetzt bin ich in meinem eigenen Mirror-Verzeichnis drin. Oder nein, jetzt bin ich in meinem Home-Verzeichnis drin und kann jetzt das Mirror-Skript einmal anstarten. Das mache ich jetzt einmal kurz. Also, der lädt jetzt hier mit 10 Verbindungen gleichzeitig erstmal Index-Dateien runter. Und dann guckt er nach diesen Übersetzungsdateien und lädt haufenweise einzelne Dateien runter und guckt da rein, was in den Index-Dateien drin steht. Und jetzt sagt er mir auch schon, wie viel Speicherplatz höchstwahrscheinlich dafür gebraucht wird, um diese ganzen Pakete und halt auch diese Index-Informationen runterzuladen. Das dauert jetzt je nachdem, eine halbe Ewigkeit, eine halbe, ein Viertel, ein Drittel, keine Ahnung, irgendwie so. Und das tun wir uns natürlich nicht an. In der virtuellen Maschine hätte ich nicht mal den Platz dafür. Also von daher breche ich das jetzt ab und gehe auch da aus dem BT-Konto wieder raus. Jetzt bin ich wieder root. Und wenn ich jetzt einmal gucke, in der CONT-Tab, da steht es jetzt auch drin, also um 5 Uhr, 15, jeder Tag, jede Woche, immer, jeden Tag, wird mit dem Benutzer BT das Folgende aufgerufen und im Hintergrund würde dieses Download-Skript gestartet werden. Ich kann jetzt noch einmal das hier nehmen, um das nochmal zu demonstrieren, was Screen macht. Ich wechsle jetzt wieder zu dem BT-Benutzer. Wenn ich das jetzt ausführe, dann sehe ich gar nichts. Wenn ich jetzt aber einmal gucke, mit LS, mit minus LS kann ich gucken, welche Sitzungen dort laufen. Ich habe hier einmal meine Prozessnummer und ich habe meinen sprechenden Namen für diese Sitzung, also UpMirror. Und jetzt kann ich mit minus R für Resume, Restore, irgendwie so, da drauf gucken, was dort gerade läuft. Also das hier läuft im Hintergrund. Ich kann mich drauf schalten und wenn ich jetzt sage STRG A und D, dann kann ich diese Sitzung auch wieder in den Hintergrund verschieben. Also die läuft halt eben weiter, das Skript läuft weiter und ich kann das jetzt wieder machen. Das läuft immer noch. Ich kann immer was eingeben hier. Wieder STRG festhalten, A, D und STRG loslassen. Ja, genau. Also so kann ich immer da drauf gucken, was da läuft, selbst wenn es CON gestartet hat. Als der Benutzer BT, dem diese Sitzung ja gehört, kann ich da immer, ja, über Screen drauf gucken, wieder Verbindungen zu machen, drauf gucken zu machen und so weiter. Bis es durchgelaufen ist. So, nachdem wir jetzt die ganzen Pakete runtergeladen haben und die sich in unserem Mirror befinden, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir unsere lokale Paketquellenliste eben umbauen. Also wenn ich jetzt oben diese, ja, Internet-Paketquellenliste für so einen Debian Bullseye, für so einen Debian 11 habe, dann habe ich dort als relevante Zeilen diese drei Stück, die ich da mal rausgesucht habe. Und das Ganze muss ich jetzt halt ein bisschen umbauen. Ich schreibe da einmal nach diesem Depp, also Depp für Debian, das markiert immer Zeilen, in dem so eine Paketquelle angegeben ist. Da mache ich jetzt mit diesen eckigen Klammern eine Einschränkung über dieses Arch, gleich AMD64, dass ich eben bloß AMD64-Pakete mit drin haben will. Und natürlich kommen auch diese architekturunabhängigen Pakete mit dazu. Das hat den Hintergrund, dass ich vielleicht bloß AMD64-Pakete gespiegelt habe und mein APT, was vielleicht auch noch andere Architekturen mit auflösen möchte, meckert dann drüber, weil es diese Pakete nur noch als AMD64 auf diesem Mirror gibt. Wenn ihr jetzt kein Multi-Arch-System habt, dann könnt ihr das auch komplett weglassen. Ansonsten ist es eine praktische Sache. Dann nehmt ihr diese einzelnen Zeilen aus dieser Internet-Paketquellenliste und passt die ein bisschen an. Ihr schreibt denn vor den eigentlichen Namen des Servers, also sowas wie deb.debian.org. Da kommt direkt davor, wie euer Mirror heißt. Also in meinem Fall heißt er eben mein und minus Mirror dazu. Das ist in meinem Skript so definiert, dass minus Mirror eben angehängt wird und direkt nach dem HTTP schrägstrich schrägstrich kommt die IP-Adresse eures lokalen ja, ab. Mirrors. Wenn ihr jetzt ein lokales DNS habt, dann könnt ihr natürlich dort auch den Hostnamen beziehungsweise die ja fully qualified Domain angeben für dieses System. Und so passt er die ganze Paketquellenliste einfach an. Ja. Damit man das Ganze auch nochmal richtig testen kann, habe ich hier eine weitere Komponente aus meinen Dodger Tools. Das ist ein extra Paket, was ihr eben installieren könnt über apt-get-y install local apt. In diesem local apt befinden sich verschiedene einzelne Skripte, mit denen ihr ja quasi apt benutzen könnt, ohne Hutrechte. und die Software, die ihr dort runterladet aus den öffentlichen Quellen oder von sonst wo, die werden halt nicht im System installiert. Ihr könnt halt bloß Paket runterladen, ihr könnt im Paket index suchen und ihr könnt ihn natürlich auch aktualisieren. Das Ganze geschieht aber in einem aktuellen Verzeichnis, also in dem ihr euch gerade befindet, darum eben auch local apt. Und das ist eben eine praktische Sache, um einfach mal so einen Mirror auszuprobieren. Ich habe jetzt testweise bei mir mal so einen Mirror gemacht mit einem Debian 11 und das Ganze befindet sich in meinem Testsystem unter der IP-Adresse 1 und 2, 1, 6, 8, 1 und 5 unter dem Mirror-Verzeichnis Debian 11 minus Mirror und dort sind jetzt halt diese einzelnen Paketquellen nochmal in diesen ja Unterkategorien angegeben. Wenn ihr das jetzt so macht wie hier, also mit Echo diese Paketquellenliste in die Datei SourcesList schreiben, wird diese Paketquellenliste im aktuellen Verzeichnis unter dem Namen SourcesList angelegt. Das Ganze macht ihr eben ohne Hutrechte. Dann ruft ihr local apt update auf, immer mit Minus dazwischen und dann werden die Informationen über verfügbare Pakete runtergeladen. Das ist so ein Index, wo alles drin steht, welche Pakete es in welcher Version gibt, wie die komplette URL ist, von wo die Pakete heruntergeladen werden können und so weiter. Nachdem das gemacht wurde und auch hoffentlich funktioniert hat, denn wenn das jetzt an der Stelle noch nicht funktioniert hat, dann sagt euch hier apt bzw. local apt update. Übrigens in der SourcesList ist noch ein Fehler drin. Ich kann folgende Datei nicht runterladen. Dann müsst ihr bei eurem Mirror noch mal ein bisschen gucken, an welcher Stelle es da tragt. In diesem heruntergeladenen Index könnt ihr natürlich jetzt auch suchen, wenn ihr jetzt local apt search macht und dann mc eingebt, dann könnt ihr zum Beispiel damit den midnight Commander finden, so ein zweispaltiger Dateimanager für die Konsole. und ihr könnt eben auch das Paket mc, also es heißt eben auch mc, ganz kurz und knapp, damit herunterladen aus eurem Ad Mirror und dann werden diese Pakete, die gebraucht werden, um mc, also den midnight Commander zu installieren, runtergeladen. Da ist eben das Hauptpaket mit bei und verschiedene, ja, weitere Pakete, die gebraucht werden, um das Paket mit Abhängigkeiten zu installieren. Genau, und wenn das jetzt auch noch geklappt hat, dann seid ihr relativ sicher, dass das Ganze auch funktioniert hat, dass euer Mirror auch wirklich funktioniert. Ihr könnt das natürlich auch mit anderen Paketen machen, wenn ihr einfach, ja, zum Beispiel KDE ist relativ groß, hat viele Abhängigkeiten oder einfach meinen Gnome Desktop damit runterladen mit den ganzen Abhängigkeiten, dann könnt ihr eben überprüfen, ob euer Mirror an der Stelle richtig funktioniert. Also, man sollte sowas immer überprüfen, denn lieber zur rechten Zeit einmal überprüfen und sehen, das hakt irgendwo, ist immer besser als hinterher drüber jammern, wenn man es nun wirklich braucht und dass es dann nicht geht. So, jetzt installiere ich mir noch das Local APT als Root Benutzer. Das geht auch sehr schnell. Jetzt wechsle ich einmal zu meinem BT Benutzer. Ich könnte natürlich auch irgendeinen anderen nehmen. Das ist eigentlich vollkommen egal. Also, einer, der nicht privilegiert ist, also, ja, letztendlich nicht gut ist. Jetzt mache ich mir ein Testverzeichnis, um mal ein Mirror zu testen, den ich schon angelegt habe. Ich lege jetzt diese Sources List an, muss allerdings sie ein bisschen anpassen. Auf meinen Folien habe ich hier diese Umbrüche gemacht, mit denen APT nichts anfangen kann. So, darum müssen die einmal weg. Und jetzt kann ich sagen hier Local APT Update und jetzt holt sich mein Local APT die, ja, Index-Informationen. Das sieht alles gut aus. und wenn ich jetzt sage noch Local APT Search MC, durchsuche ich eben diesen lokalen Index und jetzt noch mal ein bisschen eingegrenzt. Nach Midnight habe ich jetzt gesucht. Damit bekomme ich hier den Midnight Commander. das Paket heißt MC und wenn ich jetzt über Local APT Download MC das auch nochmal runterlade, dann sehe ich hier, wie viele Pakete runtergeladen werden müssen, wie viel Platz das Ganze braucht und die Pakete werden eben bloß heruntergeladen, aber können eben auch nicht installiert werden, weil das eine lokale Variante ist, also ich habe keine Hutrechte, darum steht hier auch herunterladen abgeschlossen, nur herunterladen Modus aktiv und die heruntergeladenen Pakete finde ich jetzt hier drin und das sind eben alle Pakete, die gebraucht werden, um den Midnight Commander zu installieren. Es sind relativ viele Abhängigkeiten von Abhängigkeiten und so weiter und das wird eben gebraucht, um dieses Paket zu installieren, damit das hinterher auch läuft. Ja, genau, und da ist eben auch das MC Paket. Also von dort her würde ich sagen, der Mirror, den ich da schon mal gebaut habe, funktioniert. Ja, das war es dann auch wieder. Viel Spaß beim Nachmachen, beim Nicht-Nachmachen, beim Bauen eines Mirrors oder eben auch nicht. Ja, bis zum abonnieren, Glocke drücken und bis dann und tschüss.